So, hier haben wir, glaub ich, zwei Kanonen verloren oder so. Bin mir nicht mehr sicher. Okay, wie sieht's denn hier aus? Okay. Geh mal ein bisschen näher ran. Geh auch du mal ein bisschen näher ran. Waffen initialisieren. So. Initialisiert. Kannst du irgendwie... Ihr könnt ja nicht zurücklaufen, aber egal, das passt schon. Ja, Sir. Fahr mal zurück. So, ich zähle auf euch, Mammut. Macht die Schweine alle. Mammut-Panzer bereit. Äh, der wird ja schön repariert. Oha. Wird repariert. Der Gegner schlau. Das muss man immer lassen. Ausbildung. Einheit gefördert. Aber das ist noch mehr Beute für uns. Ausbildung. Was haben wir hier oben? Ah. Wird repariert. Ja, Sir. Auf zur Front. Bin unterwegs. Ja, Sir. Mehr Beute. Alles meins. Ausbildung. Auf zur Front. Danke dir. Warten auf Einsatzbefehl. Wo gehen die denn eigentlich raus? Unzureichende Mittel. Ich hab ihre Kost. Alles bereit. Da rein. Ich hab ihre Kost. Ingenieur einsatzbereit. Und da. Was kommt, wer gerufen? An die Arbeit. Hab ich Feuer? Äh. Du rennst bitte nicht in die schwarze Hände hin. Wo sie hin? Egal. Bin und erwart mal da. Mammut-Panzer bereit. Rücke vor. Völlige Überlegenheit. Okay. Hohe Tiberium-Belastung. Sammler wird angegriffen. Wird gebaut. Das ist auch von sowas. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Einheit geborgen. Nein. Das erstört doch nicht meine Avatare. Avatar. Ich hab was ich brauche. Waffen initialisiert. Wir wären dann so weit. Bau abgeschüttet. So, positionier dich mal da. Avatar. Geht mal hier runter. Ebenen Kamine bereit. Wird gebaut. Das ist genial. So. Die Ionen-Kanone. Knallen wir hier unten rein. Ionen-Kanone aktiviert. Der liegt doch hier. Ach, da liegt der Avatar. Äh, irgendwie schön. Mammut-Panzer. Wo sind wir? Bau abgeschlossen. Ich bring das Ding zum Laufen. Gut. Das klang nach einem Volltreffer. So. Betriebsbereit. Bitte hier runter. Bitte irgendwie sinnvoll aufstellen. Gut. Drehen. Perfekt. Einheit gebaut. Initialisiert. Avatar. Ziel bestimmt. Völlige Überlegenheit. Bin unterwegs. Mammut-Panzer bereit. Okay. Auf zur Front. Auf dem Weg. Waffen initialisiert. Initialisiert. Die dürften locker halten. Betriebsbereit. Dann wir den hier. Ja. Ja. Der platziert sich mal irgendwie hier so hin. Initialisiert. Wie sieht's hier aus. Ja. Infanteristin. Und so weiter. Der müsste eigentlich noch eine Weile durchhalten können. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Mammut-Panzer bereit. Stealth-Einheit geöffnet. Ich komme. Perfekt zurück. Auf zur Front. Mammut-Panzer bereit. Ich gehe du nicht mal ein paar Zentimeter zurück. Rücke vor, Avatar. Äh, der Turm ist jetzt alle oder auch nicht. Kommt das überhaupt zu weit? Ja. Und da unten kommt die blöde Welle. Ziel wählen. Sammler wird angegriffen. Okay. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Sammler verloren. Ausbilden. Ziel bestimmt. So. Das ist auch gar kein Problem für uns. Wir haben jetzt hier diese Avatare. die werden das alles machen. Die werden das schon machen. Hier haben wir den Sammler auch schon verloren eigentlich. So. Das heißt, hier werden wir auch mal zwei nachbauen. So. Den Flamm-Panzer bitte. Den Not-Mod. Den Wait-Up-Buggy. Und den Rest. Dann nehmen wir noch diese Leichen auf. Perfekt. Gar kein Problem für uns. Es geht hier um totale Sicherheit. Perfekt. Dachte ich mir. So. Wo werden wir gebraucht? Wird der noch sinnvoll hinstellen? Rick, einsatzbereit. Kannst du dich hier nicht in die Suche? Wo sollen wir hin? Richtig aufstellen. Komm schon, Rick. Nein. Auf zum Tiberium Floschern. Sammler, sammeln. Mal drehen. Genau. Komm schon. Du wirst doch hier in die Lage sein, hier aufzubauen. So, was kommt von da oben wieder? Z-Trampel, sieh mal. Hoppla. Perfekt. Kannst du dich jetzt aufbauen? Nein. Unterwegs. Rick. Hier ist nochmal ordentlich hinten drin. Perfekt. Danke. So. Ausbildung. Dann nochmal vier Stück von denen. Waffen initialisiert. Betriebsbereit. So. Funktioniert doch ganz gut. Warten wir mal, bis der Sammler draußen ist. Wir müssen die schnell einsammeln, denn sie gehen, glaube ich, irgendwann kaputt. Auf jeden Fall, das dürfte locker halten gegen die alle möglichen Avatare, die jemals kommen werden. Auf zum Tiberium-Feld. Melde mich zum Dienst. Einheit wird angegriffen. Das kommt nicht hoch. Trotzdem jemals, desto besser. Ich hab ihre Code. Gut, die Avatare da unten ballen. Gut, die ballen alle schön mit. Ja, vibriert sogar der Bildschirm. Du, du fährst mal nach unten. Du sollst nicht in die Schlacht hinein. Das Ding kannst du wieder vergessen. Ja. Das hab ich gedacht. Ich bring das Ding an die Arbeit. Wollt den da bitte. Und den da bitte. Die Jungen-Kanone ist wieder bereit. Fahr bitte zurück. Und hier holen wir auch nochmal zwei. So. Ja, ja, ja. Das kennen wir doch schon alles. So. Bitte da unten ordentlich aufstellen. Was ist das hier oben? Da ist wieder eine Menschenarmee. Ja, Sir. Weil sie uns so lieb haben. Ist das nicht nett? Wir bleiben unverteilt. Wir wollen, wir werden unvergessen. Okay. Ah, das dürften wir eigentlich locker aushalten. Gut, dann schmeißen wir die Jungen-Kanone hier einmal drauf. Die Jungen-Kanone aktiviert. Alles bereit. Meine Freunde. Das kommt mir gerufen. Das, das. Perfekt. Perfekt. Äh. Erntevorgang läuft. Fahren wir los. Gehen wir hier runter. Gut, da ist auch alle. Gut. Gut. Perfekt. Perfekt. Waffen initialisiert. Ziel bestimmt. Feindliche Einheiten in sich. Unbesiegbar. Avatar. Äh. Ja, steht noch hier. Einer kann mal mit hier runtergehen. Ja, der da kommt sowieso nicht mehr durch. Okay, das sieht jetzt hier oben aus. Ah, mich auch ganz gut. Ich glaube, besser kann man sich's im Moment nicht vorstellen. Wir bauen hier nochmal so ein Aufklärungsteam. Okay. Er sammelt doch hier unten. Funktionieren die Luftfilter? Sammelt du auch mal da unten. Ausbildung. Ja. Okay. Das sieht jetzt doch ganz gut aus, würde ich sagen. Also eine bessere Verteidigung können wir, glaube ich, nicht besitzen. Habe ich überhaupt meine Uhre eingestellt? Nein, habe ich nicht. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt genug gespielt für heute. Aus reinen, ähm, Bemutungen. So, der kann kommen wie das will. Irgendwann wird er so oder so sterben. Ist er. Attacke. Ja, zieh ich mal ein bisschen zurück. Zurück zieh. Sammelt angegriffen. Heute ist der Asker, ja. Ja, der ist Gott sei Dank mal gefördert. Okay. Ja. Den kann ich, den brauch ich schon gar nicht mehr aufbauen wollen. Weil der explodiert sowieso oder so. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Äh. Ich finde, das fehlt sich über 13 Minuten dauert, dann werde ich das irgendwie angemessen schneiden müssen. Drei Avatare schicke ich wahrscheinlich hier hoch. Ich habe, damit das da oben auch ganz gut hält. Ähm. Einmal hier. Ich habe ihre Code. Infanterietrupp. Alles bereit. Und einmal den da. Das konnten wir gerufen. Dann noch einen mehr. Ausbildung. Die schicke ich dann da hoch, zu den anderen Drücken. Damit die da oben auch schön in Stellung halten. Avatar. Roger. So. Ja, richtig mal hinstellen. Genau. Wird repariert. Alles bereit. So. Äh. Ich weiß nicht mehr, wo ich den denn schicken wollte. Ich glaube, zu den hier. Ohne Tiberium. All die Arbeit. Der läuft den. Alles bereit. Der läuft zu dem. Genau. Ich denke, wenn wir dann da hoch gehen. Auf jeden Fall ist das eine perfekte Arbeit hier. Das soll mal jemand versuchen mal nachzumachen. Hier oben kommen schon lange keine Infanteristen mehr. Das finde ich gut. Die kann ich da alle hochschicken. Einheit gebrauchen. Es wundert mich, dass er überhaupt so viel bauen kann. Ein normaler Mensch könnte nie im Leben so eine Armee bauen. So. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier runter. Die sollen jetzt nicht meine Abwehr durcheinander bringen. Deswegen mache ich das jetzt. Einmal hier so. Einmal da so. Einmal da so. Und einmal. Hier so. Und dann nochmal hier das. Ja. Wir speichern das mal alles ab. Und wir werden den nächsten Part wahrscheinlich wieder angreifen müssen. Okay. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Gebt einen Like und einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Command & Conquer. Tiberium Wars. Ich bin euer Drunky Monkey. Und ich sage jetzt. Ade.